FETTER Mobilus, der mobile Schwenkkran. Der Mobilus von FETTER ist ein mobiler Säulenschwenkkran mit Tragfähigkeiten von 125 bis 1000 kg und Ausladungen von bis zu 6 Metern. Der Mobilus wurde für den flexiblen Einsatz entwickelt, ob als Beistellkran zur Maschinenbestückung, für temporäre Wartung und Reparaturen oder als flexibler Helfer an Montage- und Kommissionierplätzen. Überall dort, wo Sie ihn brauchen. Durch sein integriertes Sockelgewicht steht der Mobilus immer autark. Sie benötigen weder eine Fundamentbefestigung noch muss der Kran auf dem Betonboden verdübelt werden. Zum einfachen und schnellen Versetzen stehen dem Mobilus verschiedene Optionen zur Verfügung. Nachdem die Auslegerarretierung eingerastet und der Kettenzug gesichert ist, kann der Kran versetzt werden. Das Kranfahrwerk mit Deichsel ermöglicht händisches Verfahren. Durch den Umbau auf die Kupplung kann der Mobilus mit einem Gabelstapler gezogen werden. Die galvanisch verzinkten Staplertaschen erlauben das Anheben und Versetzen durch einen Gabelstapler. Mit den Kranösen kann der Mobilus von einem Brückenkran sicher an seinen neuen Einsatzort gebracht werden. Am Bestimmungsort angekommen, lässt sich der Mobilus schnell und einfach in Betrieb nehmen. Zunächst erfolgt das waagerechte Ausrichten über die integrierten Stellschrauben. Danach einfach den Stromanschluss über eine Steckverbindung herstellen und schon ist der Mobilus einsatzbereit. Der Mobilus ist 360 Grad endlos schwenkbar. Die Kugellagerung gewährleistet sehr leichtes Schwenken des Auslegers und sorgt so für ein Höchstmaß an Ergonomie. Mit der optionalen Schwenkbegrenzung kann der Arbeitsbereich des Mobilus spielend leicht eingestellt werden. Neben der standardmäßig vorhandenen Arretiervorrichtung des Auslegers für eine Stellung ist auch eine Arretierung für mehrere Stellungen erhältlich. Damit Sie den Mobilus perfekt an Ihre Anforderungen anpassen können, stehen Ihnen drei weitere Krantypen zur Auswahl. Ein Schwenkkran mit leichtem Ausleger aus Aluminiumprofil, ein vielseitiger Handlingskran mit Knickausleger und ein Schwenkkran mit oben liegendem Ausleger und 270 Grad Schwenkbereich. Das Sockelgewicht des Mobilus wächst mit Ihren Anforderungen. Durch den modularen Aufbau lassen sich innerhalb der Maximalparameter weitere Betonringe ergänzen und ein neuer, größerer Kran kann aufgeschraubt werden. Der Mobilus von Vetter. Mobil, leichtgängig, modular.